Hey, meine Freunde! Heute gibt es mal wieder ein Video für euch. Mal wieder endlich! Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich mag diese Playlists auf YouTube. Und ich meine nicht die Playlisten an sich. Ich meine diese Videos, die den Titel haben, Playlist fürs Lernen, Playlist für eine Party oder so einen Scheiß. Ich mag das, wisst ihr? Weil ich habe das Gefühl, so lerne ich neue Musik kennen. Ich hänge nämlich sehr oft sehr lange an alter Musik, also nicht alt-alter, aber wisst ihr was, wieso mache ich Dinge so kompliziert? Ich höre so oft dieselben Sachen, bis sie mir wirklich zum Hals raushängen und ich nach neuer Musik förmlich, förmlich durste. Und dann sind diese Playlists gut, weil da ist einfach so random Musik drinnen und ich habe schon einige coole Songs gefunden auf diesem Weg. Und es gibt ja verschiedene Playlists. Ich habe zum Beispiel diese hier gefunden, Music to put you in a better mood. Dann Music for when you are stressed. Ich meine, sieht dieses kleine Wesen für euch nicht entsetzlich gestresst aus? Es tut mir leid, aber Kaninchen hat für mich nur einen Blick drauf und der ist standardmäßig Bitch. Heißt nicht, dass ich sie nicht mag. Ich meine, ich habe ja die beiden Leute hier. Das heißt nur, sie sind halt, sie haben halt den Bitch-Look. Auf jeden Fall, es gibt eine Menge normale Playlists und dann gibt es Playlists, wo ich mir denke, what? Und angefangen in dieses Kaninchenloch zu fallen, bin ich mit dieser Playlist, Bershka In-Store-Music-Playlist. Ich weiß nicht, ob ihr Bershka kennt. Das ist so ein Klamotten-Geschäft. Ich kenne mich aus. Und gleich danach habe ich H&M In-Store-Playlists gefunden. Ich meine, vielleicht bin ich ein Musik-Banose, aber ich finde gerade die Musik, die es in solchen Stores spielt, nicht so wahnsinnig ansprechend. Mal abgesehen davon, dass es schon eine Weile her ist, dass ich in einem H&M oder Bershka drin war. Wisst ihr, wenn ihr einmal Second Hand entdeckt, dann lasst ihr es nicht mehr los. Und wisst ihr warum? Weil es da alles gibt. Jede Marke, alles. Das ist so wunderbar. Ich liebe es. Auf jeden Fall, das ist ja schon ziemlich spezifisch. Ich meine, wenn man so Laune hat, sich Klamotten-Geschäft-Musik anzuhören. Ist das besser als Supermarkt-Musik? Ich weiß nicht. Aber dann geht es noch spezifischer. It's summer 1985, you're driving at night. Falls euch wundert, ja, ich habe in die Playlists reingehört. Ich meine, ich traue mich nicht, Musik davon abzuspielen in diesem Video. Aber die Musik ist schon, es ist in den meisten Fällen, ja, der Name ist schon Programm. Das muss ich Ihnen lassen. Der Name ist Programm. Trotzdem, ich meine, wer sitzt da und denkt sich, jetzt hätte ich gern Automusik von 1985. Habt man sich da nicht einfach eine 80er-Jahre-Compilation irgendwo rein? A playlist that will build up your confidence. Und danach zwei coole Emojis. Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Wenn eine Playlist diese Kraft hätte, das wäre ziemlich geil. It will be alright, a comfort playlist for when you need a hug. Die ist nicht so oft angeschaut, wie ich denken würde, dass so eine Playlist heutzutage angeschaut wird. Irgendwie hätte man doch, hätte man nicht ein hagendes Pärchen, zwei sich umarmende Männchen wählen können als Playlist. Das Kerlchen, das sieht so, er kommt zurück. Er kommt zurück, oder? Das sieht so traurig aus. Vielleicht interpretiere ich auch zu viel darin rein. It's not a face, Mom. It's a lifestyle. Hab ich zu meinen Eltern auch gesagt. Sie haben gesagt, das hört schon auf, es hat nie aufgehört. Immer noch schwarz, immer noch Piercing, Sidecut. Wer weiß, vielleicht, was kann man noch machen? Lass Sie mich tätowieren! Ich habe schon so lange vor, mich tätowieren zu lassen, aber ich traue mich nicht. Und manchmal macht YouTube dieses Ding, und ich weiß nicht wieso, es übersetzt mir die Titel von Videos. Aber nicht von allen Videos, nur von einzelnen Videos. Da zum Beispiel hat er übersetzt, zufälliger Energieschub um zwei Uhr morgens. Ich weiß, was gemeint ist. Ich weiß, es meint random, aber auf Deutsch übersetzt macht das keinen Sinn. Ein zufälliger Energieschub. Nicht so wie diese geplanten Energieschübe, die wir ja haben. Und, falls es euch wundert, ich finde, die Musik spiegelt einen zufälligen Energieschub sehr gut wieder. I bet you know all these songs. Kennen wir nicht alle diese Playlists? Playlists, die sagen, oh, du kennst sicher die Songs, die darin vorkommen. Und, ja, ich kenne die Songs, die darin vorkommen. Aber in meinem Kopf ist nicht genug Speicher, um sich all die Lyrics zu merken. Also bobble ich einfach dazu. Productive Music for Work. Nun, mit dieser Playlist bin ich nicht besonders zufrieden, denn es hört sich einfach nach sehr epischer Musik an, finde ich. Nicht so wirklich so Musik. Wahrscheinlich habe ich einfach eine andere Auffassung davon, was produktive Musik ist. Denn das klingt einfach so wie, als würde man einfache Computerarbeiten nehmen und sie mit sehr epischer Musik unterlegen. Denn das stelle ich mir vor, dass man, dass man macht, während man diese Musik hört. Man sitzt am Computer. Und währenddessen stellt man sich vor, dass eine Kamera um einen rumzoomt. So, ich mache so wichtige Arbeiten. Und dabei ist man auf YouTube. So doofe Playlists. Mir fällt gerade auf, ich habe die ganze Zeit die Kopfhörer auf. Die sind schon so mit mir verwachsen. Ich merke es gar nicht mehr. You sit in the back of the class. Also, ich habe damals keine Playlist dafür gebraucht. Ich konnte das auch so ganz gut. You're the side character. Falling in love with the main character. Warum sage ich character so komisch? Character. Jetzt klingt es gut. Muss aber eine sehr kurze Liebe sein. Im Vergleich zu den anderen Playlists hier ist diese Playlist sehr kurz. You're the villain everybody loves. Okay. Wer setzt sich hin und macht so eine Playlist? Ich meine, hier war es Hits Every Day. Aber ich meine, wie sieht das aus? Sind das so Pitch Meetings, wo die Leute sich so Ideen zuwerfen und so. Ich kann nur mit einer Hand schnippen. Entschuldigung. Und so sagen, oh ja, das. Oh ja, ja, was. Dann haben sie so ein Whiteboard, wo sie die Ideen aufschreiben. So, wir brauchen eine Playlist für, wenn du hinten in der Klasse sitzt. Super, toll. Und noch eine Playlist, wenn du, wenn du langes Auto fährst. Nein, du willst aber lange Autofahrten erinnern an die Kindheit. Kindheit ist nostalgisch. Wie alt sind die Leute, die die Videos schauen? 1985, yeah. Oh, das schreiben wir auch gleich auf. Du bist der, der böse Wicht, den alle lieben. Patrick Beförderung. A Playlist that will make you feel like you're in a movie starring as a badass villain. 3,1 Millionen Aufrufe. Die Leute haben das Bedürfnis danach. Und diese Plattform gibt ihnen die Möglichkeit. Okay, was ist, was ist los mit den Leuten? This Playlist will make you feel like a 19th century villain. 13 Millionen Aufrufe. Sucht man nach sowas? Oder ist das, ist das was, was ihr eingebt? Irgendwie sucht man bei YouTube? Ich gebe immer nur, ich weiß nicht, ich gebe einen so Remix von diesen und jenen Song. Oder Mega Bash Up, was auch immer. Suchen das aktiv, Leute? Ich meine, ist... Falling into your own fantasy world. Okay, dazu brauche ich echt keine Musik. Und schon gar keine spezielle Playlist. Ich kann das so. Abgesehen davon, vielleicht passt die Musik gerade nicht zu dem, was ich mir vorstelle. Da brauche ich eine andere Musik. Point of view. You're slowly going insane. Also dazu brauche ich auch keine Playlist. Ganz im Ernst. Was sind eigentlich eure liebsten komischen Playlists? Ich meine, habt ihr solche, die ihr wirklich hört, die so einen schrägen Namen haben? Ich finde, das ist so... Ich denke immer normalerweise, die Leute auf YouTube, die wirklich so die Klicks haben wollen, die haben sehr, sehr Clickbaity-Title. Ich kann nicht gleichzeitig Englisch denken und dann Deutsch sprechen. Ich meine, das machen sie doch. Ist das Clickbait heutzutage, dass man einfach irgendwas so Absurdes hinschreibt, dass die Leute einfach klicken müssen, um herauszufinden, wie es klingt? Und ja, es auch bei mir funktioniert. Ich glaube, mein Favorit ist das mit dem Bösewicht aus dem 19. Jahrhundert. Ist das jetzt unser Ziel? Na gut, lasst mir eure seltensten Playlists da, die ihr hört. Vielleicht habt ihr sie sogar selbst erstellt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dorthin, passt auf mich auf. Ich passe auch an mich auf. Cooler Abschiedskuss.